Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Sunshine World Story, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch den Minigolfplatz im Bad Harzburg. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt wieder einen Minigolfplatz. Er ist jetzt nicht so schön wie der von Gardasee, aber er ist auch schön und dann gehen wir mal los. Hier haben wir zum Beispiel die Bahn 1. Und wenn man hier weitergeht, ist auch solche Bahnen. Also ihr seht, hier hat es auch viele Sitzgelegenheiten, weil Bad Harzburg ist eine Art Kurort, wo sich Leute erholen. Und ich gehe auch ganz einfach, also ihr seht das hier, der Platz ist richtig sauber und die Sonne scheint mega. Und wenn es dann regnet, kann man sich hier in diese Hütten sitzen. Und natürlich hat es hier auch verschiedene, also insgesamt ist es ein 18 Lochspiel, also es hat 18 Löcher. Und so sieht das alles aus. Ich finde das auch ziemlich gut, dass hier auch überall so Mülleimer sind. Und ja, so sieht das halt aus. Die verschiedenen Plätze. Und ihr seht ganz viele Bäume auch und so. Also der Platz ist wirklich richtig, richtig schön. Und ja, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare hauen, ob ihr selber auch schon mal Minigolf gemacht habt. Würde mich auch interessieren. Und auf welche Plätze ihr so wart. Und ja, so sieht das halt aus. Da hinten spielen gerade welche, da kann ich natürlich nicht so filmen. Und da hat es natürlich wieder so ein Häuschen. Ich mache euch das auch mal größer. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Park hier. Und hier hat es natürlich auch die Sola und so. Also hier hat es richtig, richtig schöne Orte und so. Und ja, das war Bad Harzburg, meine Lieben. Und natürlich konnte ich von der Sohle leider kein Video machen, weil Sohle ist ja auch mit Videoverbot bewunden. Aber ich werde in meinem Storytime natürlich alles darüber erzählen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bad time schon bei Story. Bye.